Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Schüler und Schülerinnen, ich möchte heute an diesem idyllischen Platz einen Impuls für eine stille Minute geben. Wir sind unten an meinem Grundstück an der Gordach, das ist ein kleines Bechlein, das bei uns hier in Ulzenheim entspringt und man sieht, sie hat genügend Wasser und zwar deshalb, weil es in den letzten Tagen genügend geregnet hat. Den Regen, den haben wir dringend gebraucht und es läuft ja heuer im Frühjahr, im Frühsommer läuft es ja relativ gut. Die Landwirtschaft braucht den Regen, die Pflanzen, der Wald, das Grundwasser, das ja gewaltig zurückgeht und verantwortlich dafür, dass das nicht mehr so funktioniert sind, wir Menschen, weil wir da Dinge einfach übertrieben haben. Es ist ja interessant, im ersten Buch Mose, im zweiten Kapitel bereits, haben wir einen Generalauftrag und da sagt Gott, setz den Menschen in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre. Das Bebauen haben wir irgendwie tüchtig gemacht, irgendwie falsch auch und das Bewahren ist im Hintergrund getreten. Und ich denke, das ist dieser Auftrag, der eigentlich das Gebotestunde ist. Am Sonntag habe ich gepredigt über den Propheten Jonah und der hat sich um seinen Auftrag auch rumgedrückt. Der war auf der Flucht, ist nicht nach Ninive gegangen, sondern nach Tarsis, hat dann alles nicht geklappt. Man kennt die Geschichte ja mit dem Jonah und schließlich geht er nach Ninive und zu seiner großen Überraschung, die Leute in Ninive hören sich seine Kritik an und ändern sich. Und ich glaube, genau das ist das, was wir heutzutage brauchen, dass wir uns unseres Auftrages besinnen, nämlich diese Erde zu bewahren und dass wir aufhören damit, sie falsch zu bebauen. Und diesen Gedanken mit der Frage, was kann ich als Einzelner in meinem Bereich dazu tun, dazu beitragen, mit dieser Frage können wir ja in die stille Minute gehen und das einfach mal in uns wirken lassen und darauf hoffen und vertrauen, dass sich da vielleicht etwas auftut, wo ich in meinem persönlichen Leben etwas anders machen kann, sodass die Schöpfung etwas davon hat. Und dann nach ein paar Minuten, dann beende die Stille, spreche die Segensformel, es segne und behüte uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und dann versucht etwas zu verändern, im Kleinen, in eurem Leben. Tschüss.